Moin moin meine Freunde und willkommen auf Nero Spielstube. Heute ist es so weit. Heute beginnt das Gewinnspiel von mir für euch. Für Weihnachten. So als kleines Geschenk vorab schon mal. Und es ist ganz einfach mitzumachen. Schaut euch von Miss Corated Part 10 an. Sagt mir wie viel Weihnachtsmütze ich drin versteckt habe. Schreibt mir das per E-Mail und alle richtigen Einsendungen kommen in einen Topf. Und nächste Woche Donnerstag lose ich es aus und der Gewinner bekommt von mir einen Spielecode von Steam im Wert von 20 Euro. Ich hoffe auf rege Teilnahme. Und bis dahin Ciao und viel Spaß.